Alter! Piss los! Scheiße, Scheiße! Alter, lass los! Boah, mach dich ja weg! Boah, nimm ein Kraut! Und weg ist es! Boah, haben wir überhaupt genug Muni? Scheiße, Scheiße! Aber welche Bereiche sind das? Es sind insgesamt drei Bereiche. Na, leck mich am Arsch! Vorsichtig laufen. Wird für ganz schnell reagieren. Kraut. Könnte unser Lebensretter sein. Da ist auch der Knopf, haben wir schon gesehen. Solange der mich nicht anfasst, ist alles in Ordnung. Komm nicht runter. Komm nur nicht runter. Lass mal nachladen. Überhalten erst mal das Gewehr. Und sobald das Gewehr leer ist, wissen wir, was zu tun ist. Die TMP freut sich. Auch wenn wir so gut wie keine Munition dafür haben. Es wird ernst, Leute. Richtig ernst. Richtig ernst. Scheiße! Locken! Nein! Ja, los. 20 Sekunden. Scheiße, Scheiße. 20 Sekunden. Los, Leon. Rennen. Scheiße! Scheiße! Oh. Unterneben ist jetzt ab jetzt voll. Die Tür auf. Ist es mit runtergegangen? Ich hoffe es mal. Wir gehen jetzt einmal rechts. Einmal rechts. Da kann man nichts falsch machen. Einmal rechts, dann um die Ecke. Gut. Ich hasse das so viel. Und auf der Tastatur kann ich nicht mehr reagieren. Okay. Der Weg scheint egal. Okay. Warte mal. Okay. Ich höre es rumtappeln. Gut. Das ist jetzt die Frage. Rechts oder links? Ich will zuerst rechts, seit der T-Tunig ist. Ist hier irgendwo. Leck mich am Arsch! Weiß nicht, wo er ist. Geradeaus. Ach klar. Wow. Mach dich weg. Weg mit dir. Hallo? Scheiße. Das ist nicht mal witzig. Das ist nicht mal witzig. Scheiße. 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 Granaten verwenden. Von mir aus auch noch eine Blendgranate. Ich komme sonst nicht durch. Scheiße. Unser Gewehr ist leer. Fuck. Okay. Wir brauchen trotzdem erstmal Schutz, damit wir von dir wegkommen. Die müssen wir aufheben für einen ganz bestimmten Boss. Da ist der Knopf. Du brauchst doch den Scheiß-Teil. Moment. Nein. Sehr gut. Glück gehabt. Nimm die Fakten mit. Das ist hinter uns. Das ist hinter uns. Jetzt ist er aber drin gewesen. Mensch. Gut. Letzte Station. Rechts gibt es einen kleinen Bereich. Den können wir auf jeden Fall ganz schnell abgucken. Da können wir sehen, ob wir da irgendwie was finden. Ach du Scheiße. Da müssen wir ganz links. Also dann links lang. Also das ist eigentlich ein ganz billiger Bereich, wenn man es so sieht. Aber ich wette, da ist irgendwo noch ein Haken dabei. Erster Knopf. What the fuck? What the fuck? Leck mich am Arsch. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Okay, da ist das Tor aufgegangen für die Mitte. Dankeschön. Boah, wollen wir jetzt einmal da lang gehen? Boah, ich wüsste nicht, ob wir da lang müssen. Bitte lass mich hier in Ruhe. Brandgranate hat uns gerade gerettet. Lauf, renn, lauf. Mach alles, tu alles. Fuck. Das ist der Haken, das war mir so klar. Kann ich hier drin was machen? Der Raum macht mir irgendwie Bange. Ich hoffe, das eine da war sinnlos. Wir müssen da jetzt links. Die Entwickler haben das ganz schön schlau gemacht. Boah, wenn ich da jetzt wieder zurück muss, ey, dann schwöre ich, ey. Da rufe ich den Entwickler heute noch an. Das war ja so klar. Das war so klar von dem Entwickler. Das war so klar. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Wie ich das liebe. Brandgranaten haben wir ja noch. Er wird jetzt runterkommen wahrscheinlich. Und was ist denn da rausgekommen? Okay. Rechts müssen wir jetzt. 30 Sekunden. Hopp, hopp. Ich hab grad gezittert. Ich hab grad gezittert. Ähm. Spring. Ah. Alter. Du Vieh. Wir haben ihn geschafft. Alter. Ey. Boah. Da vergeht mir ja alles, Alter. Ich glaub, ich konntest ja gleich auf den Boden, ey. Ich bedanke mich für die milde Gabe. Boah. Der. Bitter. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Für den haben wir auch keine, für das haben wir auch keine Moni mehr. Dankeschön, Dankeschön. Ach ja, war das ein Liebesviel. Oh ne, was nehm ich denn da für ne Waffe. Okay, ich würd sagen, weiter geht's. Was? Nicht wirklich, oder? Leon, renn, 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 renn. Du bist nicht witzig mehr. Weißt du das? Du bist jetzt langsam nicht mehr witzig. Boah, hast du ja ne verdammte Chance gehabt. Bekommst du mal die Waffe zu spüren. Was hält der aus? So, und jetzt bekommst du mal das hier zu spüren, mein Liebster. Mach A. Also, wenn du die jetzt noch lebst, dann gebe ich auf. Dankeschön, Dankeschön. Och, ich bedanke mich. Ah, da war ich gleich mal Raketenwerfe wieder drin, aber wegen dir musste ich meine Mecklen benutzen. Sadler, das bekommst du alles zurück. Krause, du auch. Alle, alle, allesamt. So, ich wollte in diese Türe hier rein. Moment. Erstmal hier rumgucken, was es hier noch zu einsammeln gibt. Ey, das ist ja der Raketenwerfer. Mensch, ich denke mal, wir hätten Rabatt bekommen, wenn wir nur die Rakete kaufen müssten. Noch so viel kommt, ey. Da drücke ich aber aus, wenn das so ein Spielfehler oder so ist. Oh, Mensch, 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 Leon. Auch aufgemacht und dann rein hier. Ja.